Also das Empfinden für den Patienten nach der Smart Side Methode ist sehr gut. Also man hat so gut wie gar keine Schmerzen nach dem Eingriff. Dadurch, dass der minimale Hundertschnitt von zwei bis drei Millimetern extrem schnell verheilt. Die Patienten sind überrascht, wie schnell man nach der Korrektur wieder sehen kann. Vielleicht ist das Sehen nicht so perfekt nach einigen Stunden, wenn wir das mit der Femto-Lase vergleichen. Es dauert ein paar Tage länger, aber man ist eigentlich sofort nach dem Eingriff überrascht, wie gut man sehen kann, wie gut man sich schon in der Umgebung Minuten danach gut orientieren kann. Ich lade Sie herzlich ein, einen Termin bei iLeser zu buchen. Dieser Termin kann auch online vereinbart werden. Während diesen Termins werden erste Abklärungen durchgeführt und Sie lernen unser Team persönlich kennen.